Bundestagsabgeordnete für Rügen, Reisund und Lord Tommer. Begleitet wird sie von Lorenz Kaffier, dem Vorsitzenden der CDU-Mettung über Vorkommern, Arie Klawe, dem Wirtschaftsminister von Mettung über Vorkommern und Kreisvorsitzenden Tommer Rügen und natürlich vom Bürgermeister von einem der ersten Bundes-Ostsee-Alber des Pfinges. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um ein Wille unter draußen, die Bundeskanzlerin, Anja Merkel. Applaus Angela Merkel, meine Damen und Herren. Applaus